So, wir brauchen schon wieder zurück bei Sniper TV 2. Ich mache natürlich dann erstmal weiter mit den Missionen. Der gelbe Punkt ist klar, ist unser Start. Dann haben wir uns gerade eins, zwei, drei, vier Scharfschützen. Und unten links der Scharfschütze-Platz, da müssen wir dann nachher hin. Nennen wir mal das T99. Ups, gleich habe ich gesagt, meine Maus hat natürlich vier Stufen. Ich bin auf der dritten Stufe und bin auf der dritten Stufe an drauf, hochgestellt. Ich bin auf der dritten Stufe. Oh, das ist ja ein Maus mit Gewichten. Es war es ja nicht um hier. Ach so, ich bin da oben. Nicht ganz unten. Okay, da ist noch kein Scharfschützer. Dann können wir mal gucken, ob wir hier oben laufen. Eins, zwei. 1, 2, 1, 2, 1 Oh, dass der das nicht merkt Die letzte Krippe ist doch meistens immer die beste Die Krippe ist doch nicht 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 Das war Die Krippe ist doch nicht 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 es könnte natürlich sein dass es nur an sich die posten sind wo man es schafft Ich bin der Meinung, dass eigentlich Ojo an der Langgehen müsste. Aber sind warm. Okay, ich bin der Schmabbeck. Oh, 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 oh. Was habe ich dazu? 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 Dass ich dazu erzähle, habe ich dazu? Was habe ich dazu? Was habe ich dazu? Dass ich mir -, nee, danke. Mach dir mal dir! Du hast du dir in den Griff. Das war's. Da drüben! We're not going to. Get yourself out! Feet this piece! Mit uns den Sprengstoff! 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 Du bist verletzt! Lass mal sehen! Keine Zeit! Die Roten kommen! Halte sie auf! Ich komm zu Recht! Aber halte sie auf! Wenn nicht, sind wir beide tot! Dann sagten wir nicht, ob oben oder oben! Ich bin nicht der Sprengstoff! 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 Ich bin 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 der Sprengstoff! Aber ich befürchte, es war... Zeitverschwindung! Wolf... hat einen Plan! V2-Raketen! Tabun! Tabun? Wo ist das? Es ist kein... kein Ort! Was ist es dann? Was ist Tabun? Antworte mir! Die Info über Schweiger war inkorrekt. Ich fragte mich, worin wir uns noch geirrt hatten oder was wir nicht wussten. Wie Tabun? Was zum Teufel war das? Und worin bestand Wolfs Plan? Ja, das werden wir noch herausfinden. So... Das war wieder eine... der nächsten Mission. Und... wir machen... dann gleich weiter in der... der nächsten Mission, in der wir uns dann auch... gleich... wieder... sehen.